Die denken jetzt, dass es Leckerchen gibt. Das denken die jetzt. Hier. Das sind Standsapfen zum Spielen. Die ersten haben sich schon genommen und die anderen sind enttäuscht. Das ist keine Leckerchen. Prinzess, Prinzess. Hier, Antony. Nimm eins, Prinzess, und geh. Okay, so, hier, Fili. Bärchen, Bärchen, das ist so, das ist Standsapfen. Hat der Schiss vor. Dicke, Kolja. Ja, Nuka, das ist nichts zu essen. Hier, Dicke, Standsapfen. Tja, Amali. 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 Ohne Krötenguste.